Hallo Gnome 3, die Erweiterung NetSpeed. NetSpeed ist eine Gnome Shell Extension und zu finden auf dieser Webseite extensions.gnome.org. NetSpeed ist ähnlich wie NetMonitor Lite. Es wird die aktuelle Bandbreite des Netzes angezeigt. Man sucht einfach nach NetSpeed, klickt auf NetSpeed und dann drückt man auf den Schalter, so dass On erscheint, wartet ein Weilchen. Abschließend klickt man auf den Button Installieren und schon ist die Erweiterung da. Zu finden ist die Erweiterung im versteckten Ordner .local. Erstmal alle versteckten Dateien sichtbar machen durch Ansicht, verborgene Dateien anzeigen, .local, share, gnome-shell, extensions und hier ist die Erweiterung. Änderungen sind möglich. Gelöscht wird die Erweiterung indem man einfach das Verzeichnis löscht und dann einen Neustart einleitet. Zum Beispiel durch Alt F2R. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!